Hi! Sie alle erinnern sich an das Rambo-Hühnchen und wie wir es in einem Glas gezüchtet haben und seine Entwicklung von roten Punkten im Eingelb bis zum Embryo und dann einen echten Hund beobachtet haben. Er lebte mehrere Monate bei uns, aber dann musste er wegegeben werden, da es irgendwie nicht schön ist, einen Hund in einem fremden Haus zu halten. Rambo ging ins Dorf zu neuen Besitzern und neuen Freunden. Und heute haben wir ihn besucht, um zu sehen, wie es ihm geht. Bei dem Zaun haben wir viele verschiedene Vögel bemerkt. Und wo unser Rambo ist? Vielleicht ist es er. Die Gastgeberin kam heraus und ließ uns in den Hof. Und während wir den Rambo suchten, hörten viele interessante Geschichten über diese Farm. Dieser Bereich am Anfang ist der Bereich der Rentner, also für alte Hühner, die sie schon auf dem Hof töten wollten, weil sie alt sind und keine Eier geben. Aber diese Frau rettete sie. Hier ein Stück weiter haben wir einen Spa-Bereich, wo sie Sandbäder nehmen und bräunen unter der Sonne. Schau, wie alt diese Hunde ist, aber ihr Leben ist glücklich, zumindest besser als sie den Kopf mit Axt abhacken. Jetzt kommt das Interessanteste. Hier lebt eine Taube namens Fernando. Und hier ist er der Haupteroberer der Hühnerherzen. Jeden Morgen besucht er alle Hühner, fragt, wie es ihnen geht und kümmert sich um sie. Für die schönsten Hühner, seiner Meinung nach, tanzte auch einen Paarungstanz und versucht eine Frau zu verführen. Aber das Problem ist, wie ich schon sagte, das ist eine Rentnerzone. Und diese Hühner brauchen keine Paarungstanzen mehr. Hey, hübsches Mädchen. Willst du heute Abend etwas Spaß haben? So, ich bin 84 Jahre alt. Okay, kein Problem. Und du? Schöne? Mädels, wer von euch? Gott, wieder diese Wahnsinniger. Er ist so von dieser Romanze mitgerissen und sobald er einen Hund sieht, das im Dünger versunken war, anstatt zu helfen, beginnt eine Paarung zu tanzen vor ihr. Im Hinterhof begegnet uns eine Herde Perlhühner. Das ist etwas zwischen Hühner und Truthahn. Und hier ist eine Herde Gänse. Und schaut mal genau hin, siehst du was Seltsames hier? Ja, es gibt einen Perlhuhn in der Herde. Und die rennt hier nicht nur aus Versehen herum, sondern hängt immer mit Gänsen ab und nicht mit anderen Perlhühnern. Die Besitzerin sagt, dass dieser Perlhuhn seine ganze Zeit nur mit Gänsen verbringt. Wahrscheinlich aufgrund eines Kindheitstraumas oder einer Fehlfunktion des Gehirns begann sie zu denken, dass sie eine Gans ist. Und seitdem läuft sie nur mit sie und glaubt, dass sie Anführerin ist. Die Gänsen nahmen sie auf, ließen sie laufen, weil sie nicht stört. Das sind Truthähne. Obwohl sie äußerlich nicht die schönsten sind, sind sie von innen sehr freundlich und nett. Aber der wahre König in diesem Hof ist dieser riesige Hahn Francesco. Sieht nur, wie gigantisch er im Verhältnis zu anderen Hühnern ist. Und mir scheint, er konnte sogar einen Mensch niederschlagen. In meiner Kindheit hatte ich übrigens große Angst von Hühnern und noch mehr von Hennern. Und jetzt ist die Zeit, unseren Rambo zu suchen. Normalerweise hängt er im Hinterhof in der VIP-Zone für anspruchsvolle Hühner ab. Schau, wie cool ist hier. Wächst alles hier. Aber wo ist unser Rambo? Also, wer von euch ist unser Huhn? Vielleicht dieser dunkle? Nein, das ist sein Freund. Und hier ist er, unser Rambo. Scheiße, wie du aufgewachsen bist. Komm hier, mein Baby. So lange nicht gesehen. Die Frau sagte, dass Rambo immer auf ihren Rücken springt, wenn sie den Stall betritt. Aber als er uns sah, wurde es sehr schüttern. Und mir scheint, er erinnert sich noch an uns und kommt sogar und lässt sich streichen. Normalerweise laufen Hühner von Menschen weg. Aber unser Rambo ist nicht so. Er ist wie eine Hauskatze, die zu den Menschen geht. Es ist so gut, dass er hierher gekommen ist. Aber sie erinnern sich, dass er zuerst in ein schlechteren Haus gekommen ist, aus dem ich ihn gerettet habe. In diesem kleinen Vier ist es sehr cool für ihn. Hier werden verschiedene Pflanzen und Gemüse gepflanzt, die diese Vögel fressen können. Auch gehen sie raus zum Spazieren manchmal, wo sie genug laufen und toben können. Die Gastgeberin sagte, dass Rambo gerne Quark frisst und wir haben ihm ein wenig mitgebracht. Sie stellt die Schüssel extra nicht auf den Boden, damit es nur Rambo frisst, weil ein anderes Hund in der Nähe läuft und sie eine strenge Hierarchie haben, nach der dieser Hund früher als Rambo fressen sollte, weil er noch nicht so lange da ist wie sie. Und dann kamen die Gänse mit ihren Anführern zusammen. Das ist definitiv das letzte Video mit dem Rambo. Wir sind endlich davon überzeugt, dass es ihm gut geht und glückliche Zukunft haben wird. Außerdem sagte die Gastgeberin, dass sie ihr Liebling ist. Wir hinterließen Geld, um die Vögel zu futtern und sie gab uns Eier dafür. Moment mal, ist hier ein Ei von Rambo? Immerhin haben wir sein Geschlecht noch nicht verstanden. Er scheint ein kleines Hand zu haben, aber ist es groß genug, um Rambo sicher einen Hand zu nennen? Schreiben Sie in die Kommentare, wer versteht, wer unser Rambo wirklich ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020